Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, wir spielen der First Descendants, die Beta, oder? Ja, Folge 3, ich werde nicht mehr viele Folgen davon machen, weil ich will mir ja nicht so viel vom Spiel spoilern lassen, ich glaube ihr auch nicht, ich glaube generell werden wir, wie bei Destiny, wenn wir die während der Story einfach generell verlassen, Junge, dann müssen wir halb alles nochmal von vorne, glaube ich mir, aber naja, muss man tun, ich kann jetzt auch nicht jedes Mal in jedem Spiel Wait a minute, aber bevor es gleich weitergeht, gehe ich schnell mal auf Klo, weil, ja, die Folge wird ein bisschen länger und ich kann nicht so lange, ja, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Hi there! What has been sent to you mailbox? Oops... What? Where are you? World map? Hard? Normal? Kingston war das, ne? Okay! Ab nach Kingston! Wir machen das Theater nochmal schnell. Wir machen Kingston jetzt fertig. Dann vielleicht nen kleinen Boss kam. Aber es ist ne Beta. Die Beta wird ein bisschen länger dauern. Vielleicht werde ich auch noch während das Spiel schon draußen ist, werde ich die letzten Beta-Videos davon hochladen. Ich meine, ich glaub ihr wollt ja auch wissen ob ich das Spiel spielen werde oder nicht. Aber im Moment geht's ja noch okay. Dark Age. Ich glaub tatsächlich das Spiel ist rein, es ist englisch. Aber es ist mir egal, weil jedes Spiel muss man ja testen. Ich kann ja nicht sagen, ja das Spiel ist scheiße. Weil es jetzt auf D. Weil es auf englisch ist. Die Volgas haben die Generator in der Mitte der Straße gesetzt. Wir können nicht mehr erzeugen, aber sie müssen noch nicht zuerst werden. Natürlich, die Generator ist sehr armiert. Wir können die Enemies' Bombs gegen sie benutzen. Wir können die Enemies' Bombs gegen sie benutzen. Immer noch laut. Let's Nein! Let's go! Let's go! 浅! Was ist das? 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 Okay? Okay Okay... Okay, okay... Okay okay, no cumin...? Was ist das? Okay... Was ist das? Das ist wirklich der Grund, warum da viel Volk-Volk-Resistanz vor Ort ist. Die Top Brats glauben, dass eine Störung von Daten zusammengestellt hat während der Volk-Volk-Occupation. Aber das ist confidential. So report direkt zu HQ, als man die Daten erzeugt. Okay. Oh, die Pistole. Junge, wir kriegen zwar keinen Schalschaden, aber trotzdem. Und diese Pistole. Ganz ehrlich? Ich weiß nicht mehr, ob er mich überhaupt hört. Ich weiß nicht mehr, ob er mich überhaupt hört. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht mehr, ob er mich überhaupt hört. Ich weiß nicht mehr, ob er sich so ausgeht. Das ist eine andere Karte zu geteilen. I'm loading. Mit Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Es ist noch langsam. Entschuldigung. Ich habe es gehört, dass es ein Confidential war. Aber ich habe es schon gesehen. Oh. Oh. Es hat so viel verändert, während ich in寝te. Die Daten wurden ausfragmentiert, also brauchen wir mehr davon. Ich glaube nicht, dass sie so schnell gehen werden. So schnell. Oh mein Gott. Was darf denn jetzt? Sorry, ich glaube ich bin in einem Partyrang gequasht. Oh mein Gott. Ich habe es in einem Fall. Oh nein. Untertitelung. BR 2018 Oh, fuck my life! Oh, fuck my life! Jungen, irgendwann mal endlich mal Feierabend hier. Holy shit! Oh, nö! Ich fühl mich grad hier wie der letzte Hurensohn! Oh, c'est los! Oh, nö! 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 Wie viele denn noch? Reicht das jetzt? nein reicht doch jetzt ja Ah, geht was rauf? Endlich! Second data acquisition confirmed. 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 Third data acquisition confirmed. Third data acquisition confirmed. ... Map. Albion ist meine Map, okay. Also meine Stage meine ich. Weil meine Lila ist doch die, wo ich hin muss, ne? Lila war es das immer, okay. Und wieder weg. Digga, das ist ja noch scheiß schwerer als man denkt. Sieht am Anfang so leicht aus. Wenn es als Vollversion rauskommt, dann spielen wir das natürlich mit einem männlichen Charakter, jetzt grad weiblichen Charakter, vielleicht wird er so gespeichert, keine Ahnung, wenn es gespeichert wird, dann spielen wir natürlich weiter in der normalen Version, aber halt noch mal ein neues Spiel. Okay. Uh-huh. Oh Gott, es gibt so Kleidung, die man auch machen muss. Na gut, mein Internet leckte immer noch stark. Oh Gott. Oh Gott. Das Dimensionale Wall ist bereits nicht so stabil. Are you sure about this? Der Ironheart ist unsere einzige Lösung. Der einzige Weg zu Ende der Krise ist, um das Verlust zu verhindern, um den Ironheart zu verhindern, das Dimensionale Wall zu verhindern. Der Ironheart ist auch nicht so schwer, dass du ihn hier aufhörst. Der Ironheart ist eine Serie, eine Geschichte. Die Linke ist ein Stück weit entfernt. Die Linke ist ein Stück weit entfernt. Aber das ist ein Stück weit entfernt. Da ist es, Herr Lund. Der Herr Lund ist uns nicht verletzt, aber auch ein Stück weit entfernt. Ich weiß, Herr Lund ist nicht so schwer. Das ist der ganze Weg, wir müssen sich die Grenzen, um das zu vermeieren. Ich will nicht, dass ich mich nicht kontrollieren kann. Die Ironheart kann nicht kontrollieren. Willst du den Faden der Humanität zu einem mehr Objekt? Ich will nicht. Humanität endures. Wir haben noch eine andere Option. Die Ironheart muss sich verletzen. Die Ironheart muss sich verletzen. Die Ironheart muss sich verletzen. Ich glaube, du bist jetzt, nachdem die Daten zu verletzen wurde. Ich habe dich verletzt, weil die Unterstützung von Alpha geholfen wurde. In order to investigate Kingston, wir müssen die Grand Square entfernen. wir müssen die Grand Square entfernen. Ja gut. Was ist mit der Folge? Genau. Vielen Dank.